Die Redmi 7 Serie bekam dieses Jahr sehr schnell Nachfolger spendiert. Neben den Note Geräten wurden auch die Einsteigermodelle aktualisiert. Das Redmi 8 tritt dabei die Nachfolge des Redmi 7 an und ist im Import für ab 100 Euro zu haben. Was euch hier erwartet, erfahrt ihr in diesem Test. Beim Design hat man sich nochmal ans Zeichenbrett begeben und für deutliche Verbesserungen gesorgt. Beim Redmi 7 bestand das Gehäuse noch aus zwei Teilen, ein Kunststoffrahmen und ein aus Kunststoff bestehendes Glasimitat auf der Rückseite. Mit dem Redmi 8 setzt man wieder auf ein Unibody-Gehäuse. Rückseite und Rahmen bestehen also aus einem Guss. Bei einem Kunststoffgehäuse wirkt das nicht nur wertiger, sondern sorgt auch für mehr Stabilität. Allgemein ist das Redmi 8 sehr gut verarbeitet und sieht wirklich schick aus. Neben der mir vorliegenden roten Version gibt es das Smartphone auch in blau oder schwarz. Ebenfalls nachgebessert wurde am Akku. Zwar konnte schon das Redmi 7 mit einer sehr guten Laufzeit punkten, doch das Redmi 8 toppt das nochmal um einiges. Die Kapazität wurde auf 5000 mAh angehoben, was auch bei relativ intensiver Nutzung für drei Tage Laufzeit ausreicht. Wer das Gerät sparsam nutzt, wird mit einer Ladung noch deutlich länger auskommen. Einzig das Aufladen dauert etwas lange, da nur ein 10 Watt Netzteil beiliegt. Quick Charge 3 wird zwar unterstützt, erfordert aber den separaten Kauf eines entsprechenden Netzteils. Es gibt aber auch Stellen, wo das Redmi 8 eher ein Downgrade als ein Upgrade darstellt. Das Display zum Beispiel. Die Qualität des verbauten Panels ist deutlich schlechter als beim Redmi 7. Von der reinen Bildqualität her ist das Panel zwar in Ordnung, doch was die Blickwinkelstabilität betrifft, liegt das Smartphone hier unter dem Durchschnitt der Preisklasse. Die Helligkeit kippt schon bei leichter Neigung sehr stark ab. Immerhin gibt es am Touchscreen nicht wirklich was zu meckern, bis auf ein leicht zähes Schreibgefühl funktioniert dieser sehr gut und Gorilla Glass 5 sowie eine fettabweisende Beschichtung sind ebenfalls am Start. Ein weiteres Downgrade ist leider der Prozessor, denn auch wenn der hier verbaute Snapdragon 439 etwas neuer ist und mit 12 Nanometer gefertigt wird, bietet er eine ganze Ecke weniger Leistung als der Snapdragon 632 im Vorgänger. Und das gilt sowohl für die CPU als auch die GPU Leistung. Und ja, das merkt man auch im Alltag. Das Redmi 8 ist keine Rakete und fühlt sich im Alltag gerne mal etwas träge an oder kommt mal kurz ins Stocken. Mit anspruchsvollen Spielen kann das Smartphone auch nicht wirklich was anfangen. Mehr als ältere 3D-Titel bekommt die GPU einfach nicht gestemmt. Ersatzlos gestrichen wurde zudem die Benachrichtigungs-LED. Beim Vorgänger fand man diese im unteren Displayrand. Nun befindet sich hier ein unbeleuchtetes Redmi-Logo. Bei den Sensoren ist das meiste vorhanden. Der Kompass funktioniert problemlos, doch ein echtes Gyroskop fehlt. Vorhanden ist lediglich ein simuliertes Gyroskop, welches auf Basis der Werte anderer Sensoren arbeitet und entsprechend unter geringerer Genauigkeit sowie großer Verzögerung leitet. Der Fingerabdrucksensor arbeitet soweit zuverlässig, ist für Xiaomi-Verhältnisse aber recht lahm. Der Entsperrvorgang dauert 0,7 bis 1 Sekunde. Unterstützung für Face-Unlock per Frontkamera ist vorhanden und funktioniert erstaunlich zuverlässig. Der Speicher wurde etwas aufgebohrt. Im Basismodell geht es nun bei 3 GB RAM und 32 GB Speicher los. In der Maximalausstattung gibt es 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Micro-SD-Karten werden unterstützt und das sogar über einen separaten Slot. Bei Nutzung einer SD-Karte könnt ihr also weiterhin auch Dual-SIM nutzen. Der USB-Anschluss wurde endlich auf USB-C umgestellt, nachdem Xiaomi im Einsteigersegment viel zu lange auf Micro-USB gesetzt hat. Unberührt davon bleibt der 3,5 mm Anschluss, der nach wie vor vorhanden ist. Die Hauptkamera besteht aus zwei Sensoren. Ein Hauptsensor trifft hier auf einen kleinen 2-Megapixel-Sensor zur Tiefenerfassung im Portrait-Modus. Im Standardmodus liefert die Hauptkamera solide Fotos mit brauchbarem Dynamikumfang. Für den Preis habe ich hier nicht wirklich was auszusetzen. Klar, auf die Distanz gibt es eine leichte Schwäche bei der Detailwiedergabe. Aber das ist bei ab 100 Euro kein Weltuntergang, solange die Bilder nicht komplett matschig aussehen. Und das tun sie hier definitiv nicht. Was mich da schon eher stört, ist der Portrait- bzw. Bokeh-Modus. Mit Personen kommt dieser zwar gut klar, bei Objekten tut er sich aber je nach Komplexität sehr schwer und liegt meistens daneben. Die zweite Kamera hätte man sich da meiner Meinung nach sparen können und das Ganze komplett per Software lösen sollen. Der Vorgänger hat sich in diesem Bereich übrigens besser geschlagen. Nachtaufnahmen könnt ihr mit dem Redmi 8 vergessen. Die große f1.8 Blende bringt keinen Vorteil und die Bildqualität ist einfach schlecht. Das war in der Preisklasse aber zu erwarten und soll somit keine Kritik sein. Ganz ordentlich sehen Aufnahmen mit Blitz aus, solange die Distanz zum Motiv nicht zu groß ist. Völlig unbrauchbar ist aber leider der Pro-Modus für Langzeitbelichtung. Viel Licht fängt die Kamera zwar ein, der Fokus liegt aber immer daneben, selbst wenn man ihn manuell selbst hinzukommt, dass die Kamera selbst bei relativ kurzer Belichtungszeit die Lichtquellen im Bild massiv überbelichtet. Die Halbautomatik funktioniert also nicht wirklich. Das Redmi 7 hat sich da im Vergleich viel besser geschlagen. Positiv überrascht hat mich dann aber die Frontkamera, welche für ein Budget-Smartphone bei Tag erstaunlich gute Fotos macht. Und selbst der Bokeh-Modus funktioniert hier sehr gut. Verzichten sollte man aber auf Selfies bei Nacht. Hier hilft euch nicht mal der Pilzschirmblitz weiter. Videos können beide Kameras mit 1080p und 30fps aufzeichnen. Die Bildqualität geht jeweils in Ordnung und zu meiner Überraschung ist auch die Tonqualität für Xiaomi-Verhältnisse ganz ordentlich. Anscheinend gibt man sich hier in letzter Zeit mehr Mühe. Als Betriebssystem läuft auf dem Redmi 8 Global noch MIUI 10. Wann MIUI 11 Global für das Gerät erscheint, bleibt abzuwarten. Wie gewohnt kommt das Handset mit Google-Zertifizierung daher. Widevine Level 1 fehlt dagegen dieses Mal. In diesem Fall ist das aber auch völlig wurscht, denn durch das 720p-Display hätte man dadurch eh keinen Vorteil. Im Mobilfunk erwartet euch bei der Global-Version Unterstützung für fast alle in Deutschland genutzten LTE-Frequenzen mit Ausnahme des Band 28, also LTE auf 900 MHz. Der Empfang ist durchweg sehr stark und im Speedtest habe ich gute Resultate jenseits der 100 Mbit pro Sekunde erzielt. Keine Verbesserung gibt es leider beim WLAN, hier kommt nach wie vor nur BGN-WLAN zum Einsatz. Der Empfang ist aber erst rein und ein Stockwerk unter dem Router sehe ich keinen nennenswerten Einbruch des Durchsatzes. Bluetooth ist ebenfalls unverändert in Version 4.2 am Start, wer 5.0 will, muss also zu einem anderen Smartphone greifen. Im GPS-Test schlägt sich das Redmi 8 gut und liefert einen soliden Empfang mitsamt Galileo-Unterstützung und guter Genauigkeit. Im Praxistest gab es weder beim GPS-Tracking noch beim Navigieren irgendwelche Auffälligkeiten. Was gilt es nun also unterm Strich zu sagen? Nun, irgendwie habe ich beim Redmi 8 so leicht gemischte Gefühle. Ohne Frage bietet das Gerät ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis und macht nur wenig falsch. Am Ende bleibt das Upgrade-Feeling jedoch auf der Strecke, denn das Redmi 8 hat ein schlechteres Display als das Redmi 7, einen schwächeren Prozessor und schneidet auch im Kamerabereich mit Blick auf den Bouquet-Modus sowie den Pro-Modus etwas schlechter ab. Verbessert hat sich das Gerät also lediglich beim Design, der Speicherausstattung sowie der Akkulaufzeit. Wirklich interessant ist das Redmi 8 also nur für jene Zielgruppe, welche auf eine möglichst gute Akkulaufzeit für kleines Geld aus ist. Und damit möchte ich zum Ende kommen, sage vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und würde mich sehr freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!